wollen wir mal das suchprotokoll 3 abschließen lassen schauen okay wir müssen hierüber was müssen wir hier tun die muschel ist direkt in der nähe schon mal gut nicht weit schwimmen wir müssen hier aufheben dann müssen wir gegner besiegen auch irgendein angriff die kann man gefliegt ignorieren erst mal da ist ein angriff den nehmen wir mit dann haben wir uns eben den sagen wir müssen noch mal zu der muschel ich sehe so jetzt nichts mehr die muschel ist aktiv ach so da irgendwo da 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 der gegner ist es das werden die drei okay ein bisschen mehr versteht jetzt okay das wären die drei gewesen und wir können die belohnung einmal abholen das aber noch nicht das klappt das war es mit dem suchprotokoll 3 ich danke euch für sichern schau tschau bis zum nächsten